Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 56, Let's Play, City, Skyland, Snowfall, Memphises am Mikro und ich freue mich natürlich, oder? Doch Folge 55, ich weiß es gerade gar nicht, ist jetzt ja auch egal, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe das Save Game jetzt übrigens noch nicht neu gestartet, dementsprechend kann ich auch die Rico-Objekte hier für unser Regierungsviertel jetzt noch nicht platzieren, aber das macht nichts, dann haben wir wie gesagt noch was in den kommenden Folgen, was wir machen können. In der letzten Folge haben wir hier Friedrichshain so ein bisschen fertig gebaut, wie gesagt so ganz akkurat ist es natürlich nicht, es ist eher ein bisschen fantasievoll, kreativ, aber ich denke mal so ungefähr von der Lage her und ja vom Bebauungsbild etc. sollte das auf jeden Fall, ruckelt es, sollte es auf jeden Fall passen und genau, wir fangen jetzt erstmal an mit einer Kleinigkeit, die mir gerade noch aufgefallen ist und zwar hier Berlin Alexanderplatz, wir haben hier wie gesagt immer noch so ein paar Sachen rumstehen, die ja hier nicht so ganz akkurat sind, unter anderem, ja, hoppala, alter, jetzt ruckelt es wieder, genau, dieser Bahnhof hier, der muss weg, ganz einfach aus folgendem Grund, zeige ich euch jetzt sofort, ich habe einen Bahnhof hier, der auf jeden Fall, warte mal, was ist ein, ich glaube hier ging gerade eine U-Bahn noch lang, und zwar habe ich hier einen Bahnhof, der irgendwie die letzten Folgen ja nie funktioniert hat, jetzt auf einmal funktioniert, und zwar ist das tatsächlich der originale Alexanderplatz Bahnhof, ich zeige es euch auch mal kurz, hier wenn ich ranzoome, hier, da steht auch richtig schön Alexanderplatz dran, richtig geile Sache auf jeden Fall, ich muss jetzt gerade bloß mal eine Kleinigkeit überprüfen hier mit der U-Bahn, ähm, ich habe nämlich das Gefühl, dass, oder, warte mal, irgendeine Linie hier hat auf jeden Fall gerade Probleme irgendwie was zu finden, ist das vielleicht eine Buslinie oder eine Bahnlinie, ich weiß es gerade gar nicht, müsste man auf jeden Fall gleich mal gucken, was das hier ist, Zuglinie 5, ah, doch, okay, da geht also tatsächlich eine Zuglinie lang, ähm, das heißt, wir werden diesen Bahnhof jetzt möglichst schnell natürlich anschließen, äh, einmal hier, so, mit diesem geraden Schienen-Tool hier einmal rüber, so, und dasselbe dann nochmal, äh, gerade mal gucken, genau, hier einmal so rüber, so eine Brücke, zack, dass das hier auf jeden Fall alles zusammenläuft, alter, was hat der denn jetzt hier wieder angestellt, sieht auf jeden Fall nicht gut aus, hallo, alter, okay, gut, lassen wir jetzt erstmal so, aber, genau, müssen wir mal gucken, irgendwie langfristig, dass wir da irgendwie noch was anderes machen, so, unsere Weltuhr müssen wir wieder einmal umsetzen, das kann ja nicht wahr sein, so, einmal hier, ähm, gerade mal, ich sehe gerade auch hier die Straße hier, die ist ja auch total schlecht platziert, Moment, so, einmal hier, diese ganze, diesen ganzen, äh, Mock hier, den machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal neu, so, das heißt, jetzt nochmal hier gerade auf das hier, und dann, äh, genau, hier einmal den Bahnhof platzieren, so, genau, und dann, äh, gerade mal hier die ganz normalen Gleise auswählen, dann bauen wir jetzt hier gerade einmal den Gleiszugang auf der Seite, und einmal den Gleiszugang hier auf der Seite, genau, so, und dann hier auch nochmal kurz anschließen, einmal hier, so, und einmal hier vorne, zack, genau, wunderbar, damit hätten wir das auch, die Weltuhr, die muss jetzt auf jeden Fall ein Stückchen nach links hier, und dann, äh, mache ich hier gerade mal auf Pause, ich habe nämlich hier wieder Google Maps auf, haha, dann gucke ich gerade nochmal hier, wie das denn jetzt eigentlich aussehen soll, so, ihr seht das jetzt gerade gar nicht, ich habe das hier auf dem zweiten Bildschirm gerade, okay, hier oben müsste eigentlich noch so ein, äh, Supermarkt hin, äh, passt halt nicht, also, was heißt Supermarkt, ich glaube, das ist sogar ein Saturn oder sowas, ähm, das Kino hier unten haben wir, wie gesagt, stehen, ah, wie mache ich das, Mist, ich glaube gar nicht, können wir, glaube ich, gar nicht platzieren, außer ich platziere das hier oben vielleicht, das könnte man so als Übergangslösung machen, oder, ja, nicht Übergangslösung, aber, ich glaube, da komme ich jetzt nicht drum rum, weil, wie gesagt, hier unten kriege ich es nicht hin, dafür ist das einfach alles zu eng bebaut hier, oder, was ich auch machen könnte, ist, dass ich die Straße hier nochmal umsetze, so, ah, das heißt, hier gerade mal das hier weg, so, einmal pausieren, und dann hier das nochmal abreißen, so, und, dass ich das Ganze sozusagen ein bisschen anders baue, und zwar direkt hier hoch, ähm, jetzt kann ich bloß mal gucken, das sind alles Einbahnstraßen hier, glaube ich, genau, mit Grünstreifen ohne, nee, es ist ohne Grünstreifen, genau, dann hier auch nochmal kurz die LPS, ach, das ist sogar eine dreispurige Straße, Moment, so, genau, LPS, Avenue Lights ist richtig ausgewählt, und dann hier einmal so eine ganz kurze Kurve sozusagen, die dann direkt hier oben das ganze Straßensystem zusammenführt, und, genau, so, dann dasselbe auch nochmal hier auf die Seite, na, hier ein bisschen länger, genau, na, komm schon, genau, hier einmal, und dann, einmal hier kurz, und hier, und das hier alles kurz anschließen, zack, 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 genau, hier einmal abreißen, hier brauchen wir nämlich jetzt ein bisschen Freifläche, und jetzt gehe ich hier auf die Rico-Objekte, und dann, ja, jetzt muss ich es gerade mal suchen, genau, haben wir nämlich hier, ja, genau, das Cinemax, komm, auch wenn es keine Saturn ist, wir bauen jetzt hier einfach mal den Mediamarkt hin, auch wenn er jetzt natürlich nicht so ganz perfekt passt, also der Originalmarkt, der sieht da, der da steht ganz anders aus, aber egal, komm, das ist jetzt, ne, wir kennen alles hier die Skylines, solange die Objekte einfach nicht vorhanden sind, kann man das halt knicken mit diesem ganzen kompletten Akkurat-Bauern hier, so, und das kommt jetzt einmal hier rüber, und jetzt muss das Ganze wieder mit Beton zugekleistert werden, das heißt, ich gehe jetzt hier einmal kurz nach rechts, so, genau, hier einmal, und, äh, genau, hier diese Zwölfer, so, und jetzt kleistern wir das hier einmal so, zack, einmal zu, genau, hier vorne auch nochmal, na, komm schon, boah, ruckelt das zwischendurch, das ist echt heftig, ich glaube, irgendwann muss ich wieder eine neue Staffel starten, einfach nur aufgrund der Performance-Mode-Probleme, wir gucken mal, wie lange das jetzt noch gut geht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das bis jetzt bei euch so ankommt mit der Performance, ob das wirklich so extrem scheiße ist, also, kann man sich das noch angucken oder nicht, ähm, das müsst ihr natürlich auch entscheiden, so ein bisschen, und, genau, also, aktuell läuft es mit 15 FPS hier gerade, es ist natürlich verdammt wenig, ähm, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, so, damit hätten wir den Alex jetzt auf jeden Fall auch noch ein bisschen verbessert, und, ja, wunderschön, so, äh, das Ganze hier mal, weil ich gerade das weg eventuell, ja, komm, brauchen wir eigentlich nicht hier, genau, so, damit lassen wir das jetzt auf jeden Fall so, wie es ist, und, äh, hier vorne, das spawnt natürlich nichts, logischerweise, weil das hier einfach nicht freigegeben ist, ähm, für Commercial-Gebäude, das bedeutet, ich muss jetzt, Moment, ich muss jetzt gerade hier nochmal draufklicken, genau, dann auf Themes, und dann, äh, Sowjet, ich glaube nämlich, dass ich, doch ein paar habe ich freigegeben, warum spawnt das dann hier nicht, das wundert mich jetzt, gerade, ach, nee, warte mal, hier, Sowjet, genau, haha, da muss ich nämlich draufklicken, so, und, ich glaube, da liegt der Fuchs, na, der Fuchs begraben, genau, Alter, Memphise, was los, so, wisst ihr was, hier werden jetzt einfach mal alle aktiviert, so, zack, dass wir das auf jeden Fall hier spawnen können, so, und jetzt sollte hier eigentlich auch direkt anfangen, genau, die ganzen Gebäude endlich mal zu spawnen, hier, diese Baulöcke geschlossen, wird jetzt geschlossen, und damit hätten wir das auf jeden Fall für diese Folge schon mal fertig, zack, Haken dran, und, äh, gerade mal das hier weg, so, und das nächste, was ich gerne machen würde, hier unten, dieser Bereich, hier haben wir ja unser, äh, unseren Stadionpark, und unseren Schlosspark, das haben wir jetzt noch gar nicht so benannt, ich glaube, das könnten wir gerade auch noch mal kurz hier ausweisen, so, einmal hier, schon die Küstenlinie entlang, und, äh, Moment, hier oben nicht mehr, aber bis hierhin könnten wir das auf jeden Fall noch machen, so, Moment, hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Commercial, äh, sehe ich gerade, eventuell kommt das Business District, das erweitern wir hier einfach mal, so, genau, bis hierhin, zack, bis hier vorne, und dann hier einmal kurz, dass wir das sozusagen zusammenschließen zu einem großen Viertel hier, genau, und dann hier unten, da wollte ich einen Schlosspark hinbauen, so, das heißt, ich weise das gesamte Gebiet jetzt mal eben kurz hier aus, so, hier haben wir ja wie gesagt auch schon Parkanlagen stehen, das ist relativ praktisch und sinnvoll an der Stelle, genau, einmal hier, so, genau, gut, da würde ich sagen, fangen wir hier unten einfach mal an, mit diesem Bereich hier, den haben wir bis jetzt ja wie gesagt noch gar nicht ausgebaut, und da will ich jetzt auch gar nichts kompliziertes hinbauen, ich gehe jetzt hier einfach mal kurz auf, ähm, die Wege, genau, und, ja genau, dock das hier einfach so an, zack, genau, für einmal einen Weg hier runter, auf diese Straße hier, und, äh, einen Weg dann hier rüber zu dieser Straße, genau, dann geht da wie gesagt noch ein Weg hier unten hin, dann hier noch so ein Halbmond nach hier, oder Halbkreis nach hier oben zu dieser Bushaltestelle, genau, so ein leichtes Chaosprinzip, das muss jetzt gar nicht unbedingt irgendwie mega synchrone und ordentlich sein, das ist jetzt wie gesagt einfach so ein ganz normaler, so eine ganz normale Parkanlage hier, so, genau, wird gleich natürlich noch alles so ein bisschen bepflanzt, so, einmal hier, und einmal hier, und dann, äh, genau, hier noch so ein bisschen Slalom-mäßig rüber, bis zu diesem Parkplatz hier, genau, wunderbar, gut, äh, jetzt gerade mal überlegen, hier unten bräuchten wir eigentlich auch noch so einen Anschluss, so einmal, genau, und dann eventuell hier noch so eine kleine Querverbindung, die dann hier sozusagen hier oben einmal hinführt, das heißt, hier bräuchte ich jetzt eigentlich auch nochmal kurz so eine Verbindung entlang dieser, ähm, Anlage hier, genau, so, dann einmal hier runter, und einmal hier runter, genau, und, äh, hier drüben natürlich auch noch kurz diesen Anschluss hier, genau, Moment, das reißen wir ab, da hat er eine Brücke gebaut, die brauchen wir auf jeden Fall da an der Stelle nicht, so, genau, da hätten wir das auf jeden Fall, und hier drüben an der Stelle kommen jetzt wie gesagt diese kleinen Kieswege hier hin, so, das heißt einmal, Moment, jetzt mal kurz auf den Null-Level runter hier, genau, so Richtung Ufer natürlich hier ein bisschen, zack, bis nach hier vorne, genau hier hinten, da kann man dann seine Leichen vergraben, und so schön an der Autobahnbrücke, dann einmal hier rüber, und dann, äh, überlege ich gerade, eigentlich könnten wir das auch ein bisschen hier mit dieser, mit dieser Station hier verknüpfen, ich überlege gerade bloß, wie wir das dahin gequetscht bekommen, ich habe eine Idee, ähm, hier erstmal gerade auf den Ground-Level, und dann, ja gut, hier könnten wir eigentlich mal eine Unterführung bauen, so, hier auf zwölf runter, so, na, komm schon, genau, hier, dann einmal hier in dieser Unterführung hier rüber, und auf der Seite einfach wieder hoch, na, zack, weil es sieht irgendwie nicht so nach schöner Fußgängerunterführung aus, schade, wenn er den Tunnel ein bisschen anders anlegen würde, würde das auf jeden Fall deutlich besser aussehen, aber, ja, so auf jeden Fall nicht, dann machen wir das doch anders, dann, äh, kommt hier einfach wieder so diese klassische Brücke hin, einmal hier rüber, und, äh, genau, auf der anderen Seite wieder runter, so, hier auch nochmal entlang der Bahnstation sozusagen, alles ein bisschen anschließen, und, oh, genau, jetzt ruckelt er gerade wieder, hier kommt jetzt so eine kleine Kurve, boah, Alter, was macht der denn jetzt, hier kommt jetzt so eine kleine Kurve hin, genau, und da, ab der Stelle kommen dann sozusagen wieder diese Gravelwege hier, genau, einmal hier, und dann, ähm, geht natürlich einmal hier so ein Weg rüber, bis nach hier vorne hin, zu diesem Bereich, genau, und, genau, der ist dann auf jeden Fall, dann arbeiten wir jetzt mal mit, dem Werkzeug, dass wir so ein bisschen, so was ein bisschen dynamischeres bauen können hier, genau, das heißt einmal hier so, und dann hier oben anschließen, genau, und, äh, dann hier vielleicht noch so ein Anschluss, und, äh, dann bauen wir auf jeden Fall noch einen Anschluss, gerade mal hier unten hin, und, äh, so, genau, damit sollte das auf jeden Fall auch passen, und, äh, kann man gucken, dass wir den Anschluss hier noch ein bisschen vollständiger machen, genau, einmal bis hier rüber, läuft, sehr schön, damit hätten wir hier auf jeden Fall auch noch so ein paar Parkanlagen, jetzt soweit fertig, und dann, äh, hier drunter dieser Weg, geht dann hier noch drunter her, und führt dann auch hier rüber zu, äh, unserer Bahnstation sozusagen, und, wie gesagt, alles soweit schon bepflanzt, ich glaube aber, so ein paar Bäumchen würden hier auf jeden Fall noch hinpassen, so, einmal gucken, die Intensität hier mal ein bisschen runterschrauben, ein bisschen kleiner, platzieren wir hier auf jeden Fall überall noch so ein paar Bäumchen, dann hier noch so ein paar Tannen, so, ein paar Nadelbäume zwischendrin, und genau einmal hier alles voll, ich glaube, jetzt habe ich gerade noch im Park auch noch ein paar platziert hier, sieht aber eigentlich gar nicht so schlecht aus, sehe ich gerade, oder? Na komm, eigentlich, die müssen trotzdem weg, so, genau, sonst haben wir nämlich diese komplette, Synchronität hier sozusagen nicht mehr gegeben, das lassen wir hier einfach mal, oder? Hm, der da drüben kann stehen bleiben, die beiden hier müssen noch weg, so, genau, damit hätten wir das auf jeden Fall auch, und, ähm, ja, jetzt gucken wir mal gerade, was wir hier vorne machen, ich würde sagen, das Ganze hier wird auch einfach bewaldet, das heißt, nochmal hier gerade drauf gehen, wir gucken jetzt gerade mal einfach, was wir hier noch so für Bäumchen haben, ähm, die wir hier platzieren können, wie gesagt, insgesamt möchte ich das bewalten, aber, so, ich gucke gerade mal, ob ich das mit der Prop Line hier machen kann, Draw Line, und dann kann man gucken, wie heißt das Ding hier nochmal, einfach Pappel, so, genau, dann haben wir hier einmal die Normalen, und, genau, die Jungen, und wir platzieren jetzt die Normalen, ich muss jetzt gerade mal drauf achten, dass die Größe hier passt, genau, ist gerade, glaube ich, ein bisschen klein hier, so, nochmal Draw Line, dann nochmal hier drauf, und, dann sagen wir nämlich Prop Size einfach bitte doppelt so hoch, oder doppelt so groß, genau, und dann können wir nämlich hier relativ synchron einfach so eine Allee runterbauen, hier, einmal hier, genau, und dasselbe sozusagen, hier drüben auch nochmal, so, auf der Seite, genau, nochmal, so, Pappeln, dann auch nochmal hier auf der Seite, das müssen wir bei dem anderen Weg auch nochmal machen, so, einmal hier, und, äh, Pappeln, Jung, genau, ne, nehmen wir nochmal das hier, genau, und dann platzieren wir das sozusagen hier nochmal auf die Seite, so, und dann, äh, nein, Moment, das waren die falschen, die hier bitte, so, genau die hier, und dann platzieren wir die einmal hier runter, so, genau, und dann gehen wir hier nochmal drauf, und gucken jetzt gerade mal, dass wir hier oben noch so ein paar von den Jungen bauen, und dann machen wir jetzt gerade mal hier das Spacing ein bisschen höher, dass die Abstände hier ein bisschen gering, äh, höher sind, genau, platzieren wir hier nämlich einfach noch ein paar von diesen kleinen, so, gut, das Ganze gerade mal angucken, wie sieht das aus, ja, ne, königlich auf jeden Fall, passt auf jeden Fall hier zum Schlossgarten und zum Schlosspark, so ein bisschen vom Stil, das ist eigentlich ganz cool geworden, und genau, diese ganzen Zwischenräume hier, die werden jetzt mit normalen Bäumen hier einfach vollgekleistert, das heißt, da gehen wir jetzt einmal hier auf unser Parktool, dann hier, äh, suchen wir uns jetzt da ein paar Bäumchen aus, die da hinpassen, unter anderem würde ich gerne ein paar Birken hier platzieren, weil, wie gesagt, Wasser in der Nähe ist, so, jetzt gerade bloß aufpassen, dass wir hier sozusagen das auch nur da spawnen, wo es auch hin soll, so, hier einmal kurz alles so ein bisschen, zack, 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 genau, einmal hier rüber, genau hier vorne müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen kleiner machen, von dem Pinsel, damit das hier auch sozusagen keine, keine kritischen Überschneidungen gibt, bis nach hier hinten, hier hinten auch nochmal kurz alles vollpflanzen, diesen Bereich hier, diesen Zwischenbereich, genau, so, dann, das nächste, sind dann sozusagen wieder normale, was ist das, kleine Buche, das ist eine Erle, ähm, die Bäume sind eigentlich auch ganz schön, da will ich aber nicht so viele von haben, nur so ein paar wenige, so, na, gerade mal gucken, genau, ab und zu mal einfach klicken, so, jetzt ruckelt er gerade wieder, er speichert wieder, das dauert jetzt ein bisschen länger, hallo, so, jetzt genau, jetzt klappt es wieder, genau, so, dann platzieren wir hier nämlich ein paar, und ich würde sagen, dann hier einfach nochmal so ein paar, einzelne, hier eine, hier eine, da vorne vielleicht noch so ein paar, zack, 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 und hier, genau, hier und, äh, hier platziere ich auch noch zwei, so, und der ganze Rest jetzt hier mit diesen normalen, kleinen Buchen, so, kurz hier einfach so gedrückt lassen, aber irgendwie spawnt er die jetzt gar nicht so, weil hier anscheinend schon alles so einigermaßen voll ist, mit irgendwelchen Bäumen, wie das aussieht, kann man gucken, wenn ich die Stärke hier ein bisschen erhöhe, ob ich dann eventuell ein bisschen mehr Erfolg habe, so, genau, scheint einigermaßen zu funktionieren, genau, und hier jetzt noch die Nadelbäume, die jetzt auch noch dazu kommen müssen, zack, 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 genau, so, dann hätten wir auf jeden Fall den Park jetzt auch fertig hier drüben, wir gucken uns das Ganze nochmal an, vom Nahen, sieht auf jeden Fall cool aus, passt auf jeden Fall alles soweit, ne, mit dem Stadion, dann das hier, der kleine Urwald, mit unserem Schloss, sehr schön, dann hätten wir auf jeden Fall diesen Bereich jetzt auch endlich mal fertig, sind jetzt bei 16 Minuten, und ich weiß, es ist eine Samstagsfolge, aber, ähm, ich muss auch noch lernen, deswegen, schaffe ich es heute leider nicht länger, ähm, in der nächsten Folge, so eine Idee von mir war, dass wir einfach mal das Atomkraftwerk umsetzen, aktuell stehen die beiden Atomkraftwerke hier ziemlich nah beieinander, direkt in den Industriegebieten, beziehungsweise hier sogar im Wohngebiet, und genau, das ist auf jeden Fall relativ uncool, und da können wir auf jeden Fall noch was machen, und übrigens bei UK Villa, würde ich gerne nochmal kurz eine Kleinigkeit machen, und zwar bei, äh, gerade mal Detached, Detached, oder wie das heißt, eingeben, genau, ähm, oder, nee, gar nicht, äh, UK, so, das war's, genau, ich habe nämlich noch ein paar zusätzliche Gebäude runtergeladen, die man hier auch noch spawnen könnte, ähm, genau, ein paar von denen funktionieren leider nicht, und da musste ich ein bisschen rumprobieren, sozusagen, woran es lag, wie gesagt, es sind wirklich einzelne Gebäude, die defekt sind, die muss man dann aussortieren, so, und das Ganze, das sind Gebäude, die auch auf den kleineren Flächen hier spawnen können, und wie ihr seht hier überall, es hat hier nicht überall gespawnt, ne, und ich hoffe, dass es jetzt sozusagen dadurch hier ein bisschen dichter noch bebaut wird, genau, hier fangen jetzt gerade an, noch so ein paar Gebäude zu wachsen, gucken wir uns mal vom Nahen an, und, Moment, jetzt gerade mal hier noch dieses Tool an der Seite wegmachen, dafür muss ich hier immer mal auf den Weg switchen, auf dieses Wegetool, genau, das nehmen wir auch mal zu, gut, und dann, jetzt gleich mal gucken, wir sind jetzt wieder bei 92.000 Einwohnern, genau, sind auf jeden Fall auch ganz schöne Gebäude hier, die sehen auf jeden Fall ganz cool aus, und genau, passen ja auch, denke ich mal, ganz gut in dieses ganze Viertel hier rein, vom Stil, gut, damit wären wir jetzt für diese Folge, wie gesagt, am Ende, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lassen würdet, beziehungsweise auch ein Abo da lassen würdet, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt, auch der Hinweis in die Steam-Gruppe, einfach mal, wir haben eine Steam-Gruppe, da vielleicht mal reingucken, die heißt, Safter Gaming HD, müsste die glaube ich heißen, und auf Facebook heißen wir Safter Gaming, könnt ihr auch mal ein Like da lassen, wie gesagt, da poste ich auch ab und an mal was, und genau, in diesem Sinne, dann danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Memphises. .